ich finde flotte berlin ein sehr schönes thema weil es die möglichkeit bietet im privaten zu schauen passt ein lastenrad in meinen alltag mit der flotte haben wir die möglichkeit dass man dort und genau dann wenn man ein fahrrad benötigt es ausleihen kann die flotte berlin ist eine total coole sache weil sie allen familien unabhängig vom einkommen ermöglicht sich ein lastenrad auszuleihen und beispielsweise über das wochenende einen ganz tollen ausflug mit der familie zu machen ich finde flotte echt super weil man kann ich alles einfach mitnehmen von der waschmaschine über den umzug oder auch einfach nur sachen zum picknick und es ist auch noch kostenlos das ist natürlich super